Reiseführer Polen Von Norbert Rheinwand Polen ist ein Land in Mitteleuropa, das an Deutschland, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine, Belarus, Litauen und Russland grenzt. Es hat eine Fläche von 312.696 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von etwa 38 Millionen Menschen. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Warschau, die an der Weichsel liegt. Polen ist eine parlamentarische Republik mit einem Präsidenten und einem Premierminister als Staatsoberhaupt, beziehungsweise Regierungschef. Das Land ist in 16 Wojvotschaften unterteilt, die historischen Regionen entsprechen. Polen hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die von Perioden der Unabhängigkeit, der Teilung durch Nachbarstaaten und der Wiedererlangung der Souveränität geprägt ist. Polen war im Mittelalter ein mächtiges Königreich, das sich 1569 mit Litauen zur Republik Polen-Litauen vereinigte. Diese war eine der größten und einflussreichsten Staaten in Europa und verabschiedete 1791 die erste moderne Verfassung des Kontinents. Durch die drei Teilungen Polens Ende des 18. Jahrhunderts verlor Polen seine Unabhängigkeit und wurde von Preußen, Russland und Österreich aufgeteilt. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen 1918 wieder ein souveräner Staat. Polen wurde im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland und der Sowjetunion überfallen und besetzt, was zu enormen Verlusten an Menschenleben und Kulturgut führte. Nach dem Krieg wurde Polen zu einem kommunistischen Satellitenstaat der Sowjetunion, bis es 1989 die erste demokratische Wahl in Osteuropa abhielt und den Übergang zur Marktwirtschaft begann. Seitdem hat sich Polen zu einer stabilen Demokratie und einer wachsenden Volkswirtschaft entwickelt. Polen ist seit 1999 Mitglied der NATO und seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Sehenswürdigkeiten in Polen Polen ist ein Land mit einer reichen Geschichte, einer vielfältigen Kultur und einer atemberaubenden Natur. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in Polen, die sowohl für Geschichtsinteressierte als auch für Naturliebhaber geeignet sind. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten und schönsten Attraktionen in Polen vor, die Sie bei Ihrem nächsten Besuch nicht verpassen sollten. Warschauer Altstadt Die Altstadt von Warschau ist das historische Herz der polnischen Hauptstadt. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, aber dank einer sorgfältigen Rekonstruktion wieder zum Leben erweckt. Hier können Sie das beeindruckende Königsschloss, den malerischen Marktplatz und die gotischen Kirchen bewundern. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein Symbol des polnischen Widerstands und Wiederaufbaus. Marienburg Die Marienburg ist die größte Burg der Welt und ein Meisterwerk der mittelalterlichen Architektur. Sie wurde im 13. Jahrhundert vom Deutschen Orden erbaut und diente als deren Hauptsitz. Die Burg besteht aus drei mächtigen Festungen, die von einem Wassergraben umgeben sind. Im Inneren können Sie die prächtigen Räume, die reiche Sammlung von Kunstwerken und die beeindruckende Waffenkammer besichtigen. Die Marienburg ist ebenfalls Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und ein Muss für jeden Burgfan. Masurische Seenplatte Die Masurische Seenplatte ist eine idyllische Landschaft im Nordosten von Polen, die aus mehr als 2000 Seen besteht. Sie ist ein Paradies für Wassersportler, Wanderer und Radfahrer, die die unberührte Natur genießen wollen. Die Seenplatte bietet auch viele kulturelle Sehenswürdigkeiten, wie die malerischen Dörfer, die historischen Kirchen und die ehemaligen Schlösser des Deutschen Ordens. Salzbergwerk Wilitzka Das Salzbergwerk Wilitzka ist eines der ältesten und tiefsten Salzbergwerke der Welt. Es wurde im 13. Jahrhundert eröffnet und bis 1996 in Betrieb genommen. Heute ist es ein faszinierendes Museum, das sie durch kilometerlange unterirdische Gänge führt. Sie werden staunen über die kunstvollen Skulpturen, die aus Salz geschnitzt wurden, die majestätische Kapelle der Heiligen Kinga, die ganz aus Salz besteht, und die riesigen Kammern, die mit Salzkristallen glitzern. Das Salzbergwerk Wilitzka ist ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe und eine einzigartige Attraktion in Polen. Breslau Breslau ist die viertgrößte Stadt Polens und eine lebendige Metropole mit einer reichen kulturellen Szene. Die Stadt liegt an der Oder und hat mehr als 100 Brücken, die sie mit ihren zahlreichen Inseln verbinden. Zu den Highlights von Breslau gehören der prächtige Marktplatz mit dem gotischen Rathaus, die malerischen Häuserfassaden und die berühmten Zwerge, die überall in der Stadt versteckt sind. Breslau ist auch bekannt für seine beeindruckenden Kirchen, wie die gotische Kathedrale St. Johannes oder die barocke Universitätskirche. Statistische Infos über Polen Polen ist ein Land in Mitteleuropa, das an sieben andere Länder grenzt. Es ist ein Mitglied der Europäischen Union, der NATO und der OECD. Polen hat eine Fläche von etwa 312.700 Quadratkilometern und eine Küstenlänge von 440 Kilometern an der Ostsee. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Warschau, die etwa 1,8 Millionen Einwohner hat. Die Gesamtbevölkerung von Polen betrug im Jahr 2020 rund 38 Millionen Menschen, was es zum fünftbevölkerungsreichsten Land der EU macht. Polen hat eine marktwirtschaftliche Ordnung mit einem hohen Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung. Kas Bruttoinlandsprodukt BIP von Polen betrug im Jahr 2022 etwa 657 Milliarden Euro, was einem BIP pro Kopf von rund 28.000 Kaufkraftstandards entspricht. Polen hat eine niedrige Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent und eine hohe erwerbstätigen Quote von 76,7 Prozent. Die Inflationsrate lag im Jahr 2022 bei 13,2 Prozent, was deutlich über dem EU-Durchschnitt von 9,2 Prozent war. Der Finanzierungssaldo des Staates betrug minus 3,7 Prozent des BIP und der Bruttoschuldenstand des Staates lag bei 49,1 Prozent des BIP. Polen hat eine niedrige Fertilitätsrate von 1,33 Kindern pro Frau und eine relativ geringe Lebenserwartung von 79,6 Jahren für Frauen und 71,6 Jahren für Männer. Die Bevölkerung ist zu etwa 60 Prozent städtisch und zu etwa 40 Prozent ländlich verteilt. Die größten Städte neben Warschau sind Krakau, Lotz, Breslau und Posen. Die Bevölkerung ist ethnisch und religiös sehr homogen, etwa 97 Prozent der Einwohner sind polnischer Herkunft und etwa 87 Prozent sind römisch-katholisch. Polen investiert etwa 4,7 Prozent seines BIP in Bildung und etwa 1,4 Prozent in Forschung und Entwicklung. Die Bildungsqualität ist hoch. Etwa 57,8 Prozent der Frauen und 35,9 Prozent der Männer im Alter von 30 bis 34 Jahren haben einen Hochschulabschluss. Die Gesundheitsversorgung ist öffentlich organisiert und wird durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert. Die Gesundheitsausgaben betrugen im Jahr 2019 etwa 6,5 Prozent des BIP. Die Zahl der Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner lag bei 617,5 und die Zahl der Todesfälle durch Krebs bei 280,2. Polen ist ein demokratischer Rechtsstaat mit einem parlamentarischen Regierungssystem. Der Präsident ist das Staatsoberhaupt und wird direkt von Volk gewählt. Der Ministerpräsident ist der Regierungschef und wird vom Parlament bestimmt. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Sejm mit 460 Abgeordneten und dem Senat mit 100 Senatoren. Die wichtigsten politischen Parteien sind die nationalkonservative Peace, Recht und Gerechtigkeit, die liberalkonservative Po-Bürgerplattform und die sozialdemokratische SLD, Allianz der demokratischen Linken. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019 gewann die Peace die absolute Mehrheit im Sejm, verlor aber die Mehrheit im Senat. Polen ist ein aktiver Partner in der internationalen Zusammenarbeit und beteiligt sich an verschiedenen Organisationen und Initiativen. Polen ist einer der größten Nettoempfänger von EU-Mitteln und profitiert von der Kohäsions- und Strukturpolitik sowie von der gemeinsamen Agrarpolitik. Polen ist auch ein wichtiger Akteur in der NATO und stellt Truppen für verschiedene Friedensmissionen bereit. Polen pflegt gute Beziehungen zu seinen Nachbarländern, insbesondere zu Deutschland, mit dem es einen intensiven politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch hat. Polen ist auch ein Befürworter der EU-Erweiterung und unterstützt die Integration der westlichen Balkanländer und der östlichen Partnerschaftsländer. Die Geschichte von Polen Die Geschichte von Polen ist eine spannende und vielfältige Geschichte, die von den Anfängen als slawischer Stamm im Zehn. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit als Mitglied der Europäischen Union reicht. Polen hat im Laufe seiner Geschichte viele Herausforderungen, Konflikte und Veränderungen erlebt, aber auch viele kulturelle, wissenschaftliche und künstlerische Errungenschaften hervorgebracht. Polen wurde im Jahr 966 offiziell zum christlichen Königreich, als der erste Herrscher Miesko I. sich taufen ließ. Unter seinen Nachfolgern, vor allem unter Boleslaw I., dem Tapferen, dehnte Polen sein Territorium aus und wurde zu einer regionalen Macht. Im 12. und 13. Jahrhundert litt Polen unter inneren Zerwürfnissen und dem Einfall der Mongolen, die mehrmals das Land verwüsteten. Im 14. Jahrhundert wurde Polen unter Kasimir III., dem Großen wieder vereint und erneuert. Er reformierte das Rechtssystem, förderte die Wirtschaft und die Bildung und begründete die älteste Universität Mitteleuropas in Krakau. Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte Polen seine Blütezeit als Teil der polnisch-litauischen Union, die eines der größten und mächtigsten Staaten Europas war. Die Union war eine föderale Monarchie mit einem gewählten König und einem Parlament, das aus dem Senat und dem Sejm bestand. Die Union war bekannt für ihre religiöse Toleranz, ihre kulturelle Vielfalt und ihre militärischen Erfolge gegen die Osmanen, die Tartaren, die Moskowiter und die Schweden. Im 17. und 18. Jahrhundert begann der Niedergang der polnisch-litauischen Union, die von innenpolitischen Konflikten, Adelsprivilegien, ausländischer Einmischung und Kriegen geschwächt wurde. Im späten 18. Jahrhundert wurde Polen in drei Teilungen zwischen Preußen, Russland und Österreich aufgeteilt und verschwand für 123 Jahre von der Landkarte Europas. Im 19. Jahrhundert kämpften die Polen für ihre nationale Wiederbelebung und Unabhängigkeit gegen die drei Besatzungsmächte. Es gab mehrere Aufstände, die jedoch blutig niedergeschlagen wurden. Trotz der Unterdrückung bewahrten die Polen ihre Sprache, ihre Kultur und ihre Identität und schufen bedeutende Werke in Literatur, Musik und Kunst. Im 20. Jahrhundert erlangte Polen nach dem Ersten Weltkrieg seine Unabhängigkeit wieder, musste aber bald darauf den Zweiten Weltkrieg erleiden, der das Land in eine Katastrophe stürzte. Polen wurde von Nazi-Deutschland und der Sowjetunion angegriffen, besetzt und brutal unterdrückt. Millionen von Polen wurden ermordet oder deportiert, darunter fast alle Juden, die einen wichtigen Teil der polnischen Gesellschaft bildeten. Der polnische Widerstand kämpfte heldenhaft gegen die Besatzer, aber ohne viel Erfolg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Polen zu einem kommunistischen Satellitenstaat der Sowjetunion, der seine Grenzen nach Westen verschob und einen Teil seines östlichen Territoriums verlor. Das kommunistische Regime war autoritär, korrupt und ineffizient und stieß auf den Widerstand der Bevölkerung, die mehr Freiheit und Demokratie forderte. Die wichtigsten Bewegungen des Widerstands waren der polnische Oktober 1956, der März 1968, der Dezember 1970, der Juni 1976 und vor allem die Solidarnosc-Bewegung unter Lech Walesa im Jahr 1980. Im Jahr 1989 führte Polen als erstes Land in Osteuropa friedliche Verhandlungen mit dem kommunistischen Regime durch, die zum runden Tischabkommen führten. Das Abkommen ermöglichte teilweise freie Wahlen, in denen die Opposition einen überwältigenden Sieg errang. Polen begann einen Prozess der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Transformation, der das Land zu einer demokratischen Republik mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung machte. Im 21. Jahrhundert ist Polen ein stabiles, prosperierendes und modernes Land, das sich aktiv an der internationalen Gemeinschaft beteiligt. Polen ist seit 1999 Mitglied der NATO und seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Polen hat auch gute Beziehungen zu seinen Nachbarn, insbesondere zu Deutschland, mit dem es eine strategische Partnerschaft pflegt. Polen ist stolz auf seine Geschichte, seine Kultur und seine Identität, aber auch offen für die Zukunft und die Welt. Städte in Polen Polen ist ein Land in Mitteleuropa, das fast 38 Millionen Einwohner hat. Polen hat 979 Städte, die sich in 16 Wojvotschaften, Regionen aufteilen. Die größte Stadt ist Warschau, die Hauptstadt des Landes, mit fast 1,8 Millionen Einwohnern. Die zweitgrößte Stadt ist Krakau, die frühere Hauptstadt und ein kulturelles Zentrum, mit fast 780.000 Einwohnern. Andere große Städte sind Lotz, Wrocław, Poznan, Gedansk, Stadzin und Bietgoszcz. Die Städte in Polen haben eine lange und wechselvolle Geschichte, die von verschiedenen Kulturen und Epochen geprägt wurde. Viele Städte haben eine schöne Altstadt, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört oder unter Denkmalschutz steht. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Altstädte von Warschau, Krakau, Torun, Samosk und Gedansk. Andere Städte haben moderne Architektur, Industriegebiete oder Universitäten, die ihre wirtschaftliche oder wissenschaftliche Bedeutung zeigen. Zu den modernsten Städten gehören Katowice, Lotz, Wrocław und Poznan. Die Städte in Polen bieten viele Attraktionen für Besucher und Einheimische. Sie haben Museen, Theater, Galerien, Kirchen, Schlösser, Parks und Denkmäler, die ihre Geschichte und Kultur widerspiegeln. Sie haben auch Restaurants, Cafés, Bars und Clubs, die ihre kulinarische und musikalische Vielfalt zeigen. Sie haben auch Festivals, Konzerte, Sportveranstaltungen und Märkte, die ihre Lebendigkeit und Dynamik zeigen. Die Städte in Polen sind also spannende und abwechslungsreiche Orte, die es zu entdecken lohnt. Mittelalter in Polen Das Mittelalter in Polen war eine Zeit der politischen, kulturellen und religiösen Veränderungen. Die slawischen Stämme, die sich seit dem 6. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Polens ansiedelten, bildeten im 10. Jahrhundert unter dem Piastenherzog Misko I. eine erste staatliche Einheit. Misko I. ließ sich 966 taufen und machte das Christentum zur offiziellen Religion seines Landes. Er schloss auch ein Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich und erweiterte sein Territorium durch Kriege und Eroberungen. Sein Sohn Boleslav I. wurde 1025 zum ersten König von Polen gekrönt. Polen erlebte im Mittelalter mehrere Phasen des Aufstiegs und Niedergangs. Unter den Piastenkönigen Kasimir I., Boleslav II., Wladyslaw I. Hermann und Boleslav III. Schiefmund wurde das Land zu einer regionalen Macht, die sich gegen die Angriffe der Deutschen, der Ungarn, der Russ und der Wikinger verteidigte. Die Wikinger waren vor allem im 9. und 10. Jahrhundert an der Ostseeküste aktiv und gründeten Handelsniederlassungen wie die Stadt Wollen, die zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Handel mit Bernstein, Salz oder Stoffen wurde. Im 11. und 12. Jahrhundert kam es jedoch zu inneren Konflikten und Zerfallserscheinungen, die zur Teilung Polens in mehrere Herzogtümer führten. Die Wiedervereinigung Polens gelang erst im 14. Jahrhundert unter den letzten Piastenkönigen Wladyslaw I., Ellenlang und Kasimir III. Dem Großen, die das Land reformierten, die Städte förderten, das Recht kodifizierten und die Universität Krakau gründeten. Mit dem Aussterben der Piastendynastie im Jahr 1370 begann die Herrschaft der Jagiellonen, die durch die Heirat von Hedwig von Anzum mit dem litauischen Großfürsten Jogaila zustande kam. Die Union mit Litauen führte zur Bildung einer polnisch-litauischen Großmacht, die sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte und sich erfolgreich gegen die Mongolen, die Tartaren, die Deutschen und die Türken behauptete. Das Mittelalter in Polen endete mit dem Tod des letzten Jagiellonenkönigs, Sigismund II. August im Jahr 1572, der das Land zu einer Adelsrepublik machte, in der der König vom Adel gewählt wurde. Diese neue Staatsform brachte sowohl Vor- als auch Nachteile für Polen mit sich, die sich in den folgenden Jahrhunderten zeigen sollten. Regionen in Polen Polen ist ein vielfältiges und geschichtsträchtiges Land, das in 16 Wojvotschaften unterteilt ist. Die Wojvotschaften orientieren sich an den historischen Regionen Polens, die unterschiedliche geografische, kulturelle und politische Merkmale aufweisen. Die Wojvotschaften sind Zachodniew Pomorski-Westpommern, eine Küstenregion an der Ostsee mit Sandstränden, Klippen und Seebädern. Die Hauptstadt ist Stettin. Pomorski-Pommern, eine Küstenregion an der Ostsee mit dem größten polnischen Hafen in Danzig. Die Hauptstadt ist Danzig. Warminsko-Maysaschie, Ermland und Masuren, eine seenreiche Region im Nordosten Polens mit dem Land der großen masurischen Seen. Die Hauptstadt ist Olstin. Potlarski-Potlachien, eine waldreiche Region im Nordosten Polens mit dem Bialowica-Urwald, dem letzten Tiefland-Urwald Europas. Die Hauptstadt ist Bialistock. Lubuski-Lebusa-Land, eine Region im Westen Polens an der Oder mit vielen Seen und Wäldern. Die Hauptstadt ist Gorzow-Wilkopolski. Wilkopolski-Großpolen, eine Region im Westen Polens, die als Wiege des polnischen Staates gilt. Die Hauptstadt ist Posen. Kujawsko-Pomorski-Kujawin-Pommern, eine Region im Norden Polens mit fruchtbaren Ebenen und Flüssen. Die Hauptstadt ist Bietgoszcz. Marzowicki-Marsowin, die größte und bevölkerungsreichste Region Polens mit der Hauptstadt Warschau, dem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum des Landes. Ljolnarszlarski-Niederschlesien, eine Region im Südwesten Polens mit dem Riesengebirge, dem höchsten Gebirge der Sudeten. Die Hauptstadt ist Breslau. Lodzki-Lodzsjaland, eine Region in der Mitte Polens mit einer starken Textilindustrie. Die Hauptstadt ist Lotz. Lubelschir-Lubliner Land, eine Region im Südosten Polens mit einer reichen Folklore und Tradition. Die Hauptstadt ist Lublin. Opolskier-Opelner Land, die kleinste Region Polens im Südwesten des Landes mit einer deutschen Minderheit. Die Hauptstadt ist Opeln. Schlazki-Schlesien, eine Region im Süden Polens mit einer starken Bergbau- und Industrietradition. Die Hauptstadt ist Katowice. Schwintuck-Schischkier-Heiligkreuz, eine Region im Süden Polens mit dem Heiligkreuzgebirge, dem ältesten Gebirge Europas. Die Hauptstadt ist Kielce. Malopolskier-Kleinpolen, eine Region im Süden Polens mit der historischen Stadt Krakau, dem ehemaligen Sitz der polnischen Könige. Die Hauptstadt ist Krakau. Podkarpaki-Karpaten-Vorland, eine Region im Südosten Polens mit den Beskiden, einem Teil der Karpaten. Die Hauptstadt ist Gesso. Polen bietet also eine Vielzahl von Landschaften, Kulturen und Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack und jedes Interesse. Traditionen in Polen Polen ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich in vielen Traditionen und Bräuchen widerspiegelt. Die Polen sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, ihren Humor und ihren Optimismus, aber auch für ihren Respekt vor der Religion und der Familie. Einige der wichtigsten polnischen Traditionen sind Feiertage, die Polen feiern gerne und halten an alten Bräuchen fest. Die wichtigsten kirchlichen Feste sind Weihnachten und Ostern, die mit einem großen Familienfestmahl verbunden sind. An Weihnachten wird ein Weihnachtsbaum geschmückt, Lebkuchen gebacken und Weihnachtslieder gesungen. An Ostern werden Ostereier bemalt, Osterkörbchen gesegnet und lustige Spiele wie das Bespritzen mit Wasser am Ostermontag veranstaltet. Folklore, die polnische Volkskultur ist sehr farbenfroh und lebendig. Jede Region hat ihre eigene Tracht, Musik, Tanz, Dialekt und Handwerk. Ein Beispiel ist die Tracht von Lovic, die sehr reich und bunt ist und bei festlichen Anlässen getragen wird. Ein anderes Beispiel ist die Kunst des Häkelns von Spitze in Kogniako, die seit 200 Jahren gepflegt wird und weltweit berühmt ist. Hochzeiten, die polnischen Hochzeiten, sind fröhliche und ausgelassene Veranstaltungen, die oft mehrere Tage dauern. Sie sind voller Rituale, wie zum Beispiel das Begrüßen der Gäste mit Brot und Salz, das Zerschlagen von Geschirr für Glück, das Werfen von Reis oder Münzen für Wohlstand oder das Tanzen des traditionellen Polonaise. Diese und viele andere Traditionen machen Polen zu einem einzigartigen und faszinierenden Land, das es zu entdecken lohnt. Ausflüge in Polen Polen ist ein vielseitiges und spannendes Reiseziel für alle, die gerne Natur, Kultur und Geschichte erleben möchten. Das Land bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die von mittelalterlichen Städten und Burgen über malerische Seenlandschaften bis hin zu beeindruckenden Gebirgenreichen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Ausflugsziele in Polen vor, die Sie bei Ihrem nächsten Besuch nicht verpassen sollten. Warschau, die Hauptstadt von Polen, ist eine lebendige Metropole, die sich aus ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Die Altstadt von Warschau gehört zum UNESCO-Welterbe und verherbergt das prächtige Königsschloss, den historischen Marktplatz und die gotische Johannes-Kathedrale. Warschau bietet auch viele Museen, Parks und kulturelle Veranstaltungen für jeden Geschmack. Marienburg, die größte Burg der Welt, liegt an der Nogat, einem Nebenfluss der Weichsel und wurde im 13. Jahrhundert vom Deutschen Orden errichtet. Die Marienburg ist ein beeindruckendes Beispiel für die Backsteingotik und verfügt über mehrere Türme, Höfe und Kapellen. Sie können die Burg auf eigene Faust oder mit einer Führung erkunden und mehr über ihre wechselvolle Geschichte erfahren. Masurische Seenplatte Eine der schönsten Naturregionen in Polen ist die Masurische Seenplatte im Nordosten des Landes. Hier finden Sie über 2000 Seen, die durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden sind. Die Masurische Seenplatte ist ideal für Aktivurlauber, die wandern, Radfahren oder Kajak fahren möchten. Außerdem können Sie hier malerische Dörfer, Schlösser und Kirchen besichtigen. Vorn, eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte in Polen, ist Vorn an der Weichsel. Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert von den Rittern des Deutschen Ordens gegründet und war später die Geburtsstadt des berühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus. Die Altstadt von Vorn gehört ebenfalls zum UNESCO-Welterbe und zeichnet sich durch ihre roten Backsteinbauten aus. Zu den Highlights gehören das Rathaus, der Dom und die Ordensburg. Breslau, die viertgrößte Stadt in Polen, ist Breslau, die Hauptstadt der Wolwotschaft Niederschlesien. Breslau liegt an der Oder und hat eine reiche kulturelle und architektonische Vielfalt zu bieten. Die Altstadt von Breslau besticht durch ihre bunten Häuserfassaden, das barocke Stadtschloss und die gotische Elisabethkirche. Ein besonderer Reiz sind die zahlreichen Brücken und Inseln, die Breslau den Beinamen Venedig des Ostens verliehen haben. Tatra-Gebirge Das höchste Gebirge in Polen ist das Tatra-Gebirge, das an der Grenze zur Slowakei liegt. Das Tatra-Gebirge gehört zu den Karpaten und bietet spektakuläre Landschaften mit schroffen Gipfeln, grünen Tälern und kristallklaren Seen. Das Tatra-Gebirge ist ein Paradies für Wanderer, Kletterer und Skifahrer. Ein beliebter Ausgangspunkt für Touren ist Zakopane, ein malerischer Kurort mit traditioneller Holzarchitektur. Wanderungen in Polen Polen ist ein Land voller natürlicher Schönheit, das sich hervorragend zum Wandern eignet. Ob an der Ostseeküste, in den Gebirgen oder in den Wäldern, es gibt zahlreiche Wanderwege, die zu verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Landschaften passen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten Wanderungen in Polen vor, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Eine der beliebtesten Wanderregionen in Polen ist das Riesengebirge, das an der Grenze zu Tschechien liegt. Hier können Sie die höchsten Gipfel Polens erklimmen, wie die Schneekoppe 1.603 m oder den Wilkisysak 1.509 m. Die Wanderwege sind gut markiert und führen durch malerische Täler, Seen und Wasserfälle. Eine besondere Attraktion ist der Nationalpark Karkonosche, der eine einzigartige Flora und Fauna beherbirgt. Für eine mehrtägige Tour empfiehlt sich der Hauptzudetenwanderweg, der 350 km lang ist und durch das ganze Gebirge verläuft. Wenn Sie lieber am Meer spazieren gehen möchten, dann ist der europäische Wanderweg E9 eine gute Wahl. Er folgt der Ostseeküste von Swinuiše im Westen bis nach Branivo im Osten auf einer Strecke von mehr als 600 km. Unterwegs können Sie die charmanten Seebäder, die beeindruckenden Dünenlandschaften und die historischen Städte wie Gedansk oder Elblonk bewundern. Der Weg ist relativ flach und eignet sich für alle Altersgruppen und Fitnessniveaus. Für diejenigen, die die unberührte Natur Polens erleben möchten, sind die Nationalparks im Nordosten des Landes ein wahres Paradies. Hier können Sie durch die endlosen Wälder Masurens wandern, die von zahlreichen Seen durchzogen sind. Oder Sie besuchen den Bialowieski-Nationalpark, der den letzten Urwald Europas schützt und Heimat für viele seltene Tierarten wie Wisente oder Luchse ist. Der Bibsjon-Nationalpark wiederum ist bekannt für seine ausgedehnten Feuchtgebiete, die eine wichtige Rolle für den Vogelschutz spielen. Wie Sie sehen, hat Polen für jeden Geschmack etwas zu bieten, wenn es um Wandern geht. Die Wanderwege sind einheitlich markiert und gut gepflegt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, sich zu verlaufen oder in Schwierigkeiten zu geraten. Alles, was Sie brauchen, ist eine gute Ausrüstung, eine Wanderkarte und viel Lust auf Abenteuer. Radtouren in Polen Polen ist ein vielseitiges und reizvolles Land für Radfahrer, die die Natur, die Kultur und die Geschichte dieses Teils Europas entdecken wollen. Ob an der Ostseeküste, in den Bergen, an den Flüssen oder in den Städten, Polen bietet für jeden Geschmack und jedes Niveau eine passende Radtour. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten Radtouren in Polen vor, die sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Eine beliebte Region für Radtouren ist die Ostseeküste, die sich über mehr als 500 Kilometer erstreckt und zahlreiche Säbäder, Strände, Dünen und Küstenwälder zu bieten hat. Eine empfehlenswerte Tour ist die Fahrt von Rovi durch den slowenzischen Nationalpark, der für seine Wanderdünen bekannt ist. Die Tour ist etwa 34 Kilometer lang und führt durch Wälder, Strandseen, Niederungswiesen und Strand. Unterwegs kann man die Aussicht auf das Meer genießen und die einzigartige Flora und Fauna des Nationalparks bewundern. Wer lieber in den Bergen radeln möchte, kann sich in den Karpaten oder den Sudeten austoben. Die Karpaten sind das größte Gebirge Europas und erstrecken sich über mehrere Länder, darunter Polen. Hier findet man sowohl sanfte Hügel als auch schroffe Gipfel, die eine Herausforderung für jeden Radfahrer darstellen. Eine anspruchsvolle Tour ist die Rundfahrt um die Hohe Tatra, die höchste Gebirgskette der Karpaten. Die Tour ist etwa 713 Kilometer lang und erfordert eine gute Kondition und Erfahrung. Die Route führt durch malerische Landschaften, historische Städte und beeindruckende Naturparks. Die Sudeten sind ein Mittelgebirge an der Grenze zwischen Polen, Deutschland und Tschechien. Sie bieten ebenfalls eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wäldern, Seen, Schlössern und Kurorten. Eine schöne Tour ist die Fahrt von Görlitz nach Bad Moskau, wo sich der berühmte Fürstpückler Park befindet. Der Park ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und erinnert an einen englischen Landschaftsgarten. Die Tour ist etwa 68 Kilometer lang und verläuft entlang der Neiße, dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Neben der Natur hat Polen auch kulturell und historisch viel zu bieten. Die Städte sind reich an Sehenswürdigkeiten, Museen, Kirchen und Denkmälern, die von der wechselvollen Geschichte des Landes zeugen. Eine interessante Stadt für Radfahrer ist Krakau, die ehemalige Hauptstadt Polens. Krakau hat eine gut erhaltene Altstadt mit dem Wawelschloss, der Marienkirche und dem Marktplatz. Eine empfehlenswerte Tour ist die Fahrt entlang der Weichsel, dem längsten Fluss Polens. Die Tour ist etwa 51 Kilometer lang und führt an mehreren Attraktionen vorbei, wie dem Benediktinerkloster in Tünjetz, dem Schindler-Museum oder dem jüdischen Viertel Kazimierz. Wie man sieht, hat Polen für Radfahrer viel zu bieten. Ob Küste oder Gebirge, Natur oder Kultur, es gibt für jeden etwas zu entdecken. Also nichts wie los, schnappt euch euer Fahrrad und erkundet dieses faszinierende Land auf zwei Rädern. Schwimmen in Polen Polen ist ein attraktives Reiseziel für alle, die gerne schwimmen und sich am Wasser erholen möchten. Das Land bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, von der Ostseeküste mit ihren breiten Sandstränden und malerischen Badeorten bis zu den zahlreichen Seen und Flüssen im Landesinneren. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten und beliebtesten Badestellen in Polen vor und geben Tipps für einen gelungenen Urlaub am Wasser. Die Ostseeküste, Strände, Dünen und Promenaden Die polnische Ostseeküste erstreckt sich über rund 500 Kilometer von der deutschen bis zur russischen Grenze. Sie ist geprägt von langen, feinsandigen Stränden, die teilweise von hohen Dünen und Küstenwäldern gesäumt sind. Die Ostsee ist im Sommer angenehm warm und lädt zum Baden, Surfen, Segeln oder Angeln ein. Die bekanntesten Badeorte an der Ostsee sind Kolberg-Kowobjek, Mistreu, Mietzütztruje, Swinemünde, Swinusche, Leber, Leber und Danzig-Gedansk. Sie verfügen über eine gute touristische Infrastruktur mit Hotels, Restaurants, Cafés, Geschäften und Freizeitangeboten. Besonders sehenswert sind die historischen Seebrücken, die teilweise bis zu 400 Meter ins Meer hineinragen, sowie die Promenaden, die zum Flanieren und Genießen einladen. Ein Highlight ist die Kaiserbäder Promenade, die Swinemünde mit den deutschen Seebädern Aalbeck, Heringsdorf und Bansin verbindet und mit 12 Kilometern die längste ihrer Art in Europa ist. Die Seenlandschaft, Natur, Ruhe und Abenteuer Polen ist auch ein Paradies für Liebhaber von Binnengewässern. Das Land verfügt über rund 10.000 Seen, die vor allem in den Regionen Masuren, Pommern und Großpolen zu finden sind. Die Seen sind oft miteinander verbunden und bilden malerische Wasserstraßen, die sich ideal für Kanu- oder Hausbootfahrten eignen. Die Seenlandschaft ist geprägt von einer reichen Flora und Fauna, die zum Wandern, Radfahren oder Beobachten von Tieren wie Wisenten oder Seeadlern einlädt. Die beliebtesten Seen in Polen sind der Spirdingsee Sniatwi, der größte See des Landes mit einer Fläche von 114 Quadratkilometern, der Mauersee Dzesioro Mamry, der Teil des masurischen Kanals ist, der das frische Haff mit dem Pregel verbindet, sowie der Dravsko-See Dzesioro-Dravsko, der als einer der saubersten und schönsten Seen gilt. Die Flüsse, Kultur, Geschichte und Sport Neben den Meeren und Seen bietet Polen auch zahlreiche Flüsse, die zum Schwimmen oder anderen Wassersportarten geeignet sind. Die bekanntesten Flüsse sind die Weichse Wisua, die Oder, Odra und die Warte Warta. Sie fließen durch einige der wichtigsten Städte des Landes wie Warschau, Warschawa, Krakau, Krakow, Breslau, Wrocław oder Posen, Poznan und bieten so eine interessante Verbindung von Kultur, Geschichte und Natur. An den Ufern der Flüsse gibt es viele Badestellen, die oft mit Liegewiesen, Spielplätzen oder Wasserrutschen ausgestattet sind. Ein besonderer Tipp ist der Aquapark in Swinemünde, der direkt an der Odermündung liegt und einen spektakulären Blick auf das Meer bietet. Fazit Schwimmen in Polen ist vielfältig und lohnenswert Polen ist ein ideales Reiseziel für alle, die gerne schwimmen oder sich am Wasser entspannen möchten. Das Land bietet eine große Auswahl an Bademöglichkeiten, von der Ostseeküste mit ihren Stränden und Badeorten bis zu den Seen und Flüssen im Landesinneren mit ihrer natürlichen Schönheit und ihrem Abenteuerpotenzial. Egal ob man Ruhe, Spaß oder Kultur sucht, in Polen findet man für jeden Geschmack die passende Badestelle. Unterkunft in Polen Polen ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt, die seine reiche Geschichte, Kultur und Natur erleben möchten. Doch wo kann man in Polen übernachten? Welche Unterkunftsmöglichkeiten gibt es und wie viel kosten sie? In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Arten von Unterkünften in Polen, von Hotels und Pensionen über Ferienwohnungen und Campingplätze bis hin zu Schlössern und Bauernhöfen. Hotels und Pensionen Die gängigste Form der Unterkunft in Polen sind Hotels und Pensionen, die in jeder Stadt und in vielen ländlichen Gebieten zu finden sind. Hotels gibt es in verschiedenen Kategorien, von einfachen bis zu luxuriösen, und die Preise variieren je nach Lage, Ausstattung und Saison. Eine Übernachtung in einem Doppelzimmer in einem Drei-Sterne-Hotel kostet im Durchschnitt etwa 200 Selotti, ca. 45 Euro, während ein Fünf-Sterne-Hotel etwa 500 Selotti, ca. 113 Euro verlangt. Pensionen sind meist günstiger als Hotels, bieten aber oft weniger Service und Komfort. Eine Übernachtung in einer Pension kostet im Durchschnitt etwa 100 Selotti, ca. 23 Euro pro Person. Ferienwohnungen Eine weitere Option für die Unterkunft in Polen sind Ferienwohnungen, die vor allem in größeren Städten wie Warschau, Krakau oder Danzig beliebt sind. Ferienwohnungen sind meist möblierte Wohnungen, die für kurze oder längere Aufenthalte vermietet werden. Sie bieten mehr Platz, Privatsphäre und Flexibilität als Hotels oder Pensionen, sind aber oft teurer. Eine Ferienwohnung für zwei Personen kostet im Durchschnitt etwa 300 Selotti, ca. 68 Euro pro Nacht, wobei die Preise je nach Größe, Lage und Ausstattung variieren können. Campingplätze Für Naturliebhaber und Abenteurer gibt es in Polen auch zahlreiche Campingplätze, die sich vor allem an den Seen, an der Ostsee oder in den Bergen befinden. Campingplätze sind eine günstige und einfache Möglichkeit, in Polen zu übernachten, bieten aber meist nur die grundlegenden Einrichtungen wie Strom-, Wasser- und sanitäre Anlagen. Manche Campingplätze verfügen auch über Bungalows oder Wohnwagen, die man mieten kann. Eine Übernachtung auf einem Campingplatz kostet im Durchschnitt etwa 20 Selotti, ca. 4,50 Euro pro Person. Schlösser und Bauernhöfe Wer etwas Besonderes sucht, kann auch in einem Schloss oder einem Bauernhof in Polen übernachten. In Polen gibt es viele historische Schlösser, die zu Hotels oder Museen umgebaut wurden und einen Hauch von Romantik und Eleganz bieten. Einige Beispiele sind das Schloss Xias in Schlesien, das Schloss Malborg an der Weichsel oder das Schloss Moschner in Oberschlesien. Eine Übernachtung in einem Schlosshotel kostet im Durchschnitt etwa 400 Selotti, ca. 90 Euro pro Person. Bauernhöfe sind eine weitere Möglichkeit, das ländliche Leben in Polen kennenzulernen und die regionale Küche zu genießen. Viele Bauernhöfe bieten Zimmer oder Apartments für Gäste an, die an den täglichen Aktivitäten wie Melken, Ernten oder Reiten teilnehmen können. Eine Übernachtung auf einem Bauernhof kostet im Durchschnitt etwa 80 Selotti, ca. 18 Euro pro Person. Fazit Wie Sie sehen, gibt es in Polen viele verschiedene Arten von Unterkünften für jeden Geschmack und jedes Budget. Ob Sie lieber in einem Hotel oder einer Pension, einer Ferienwohnung oder einem Campingplatz, einem Schloss oder einem Bauernhof übernachten möchten, Sie werden sicherlich eine passende Option finden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise nach Polen. Öffentliche Verkehrsmittel in Polen Polen verfügt über ein vielfältiges und gut ausgebautes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln, das sowohl staatliche als auch private Anbieter umfasst. Mit der Bahn PKP und dem Bus PKS kann man fast jeden Ort im Land erreichen und in den großen Städten gibt es zusätzlich Straßenbahnen, U-Bahnen und Kleinbusse. Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfordert einen gültigen Fahrschein, den man in Kiosken, Lebensmittelläden oder beim Fahrer kaufen kann. Die Preise und Fahrscheinarten variieren je nach Stadt- und Verkehrsmittel, aber es gibt oft Zeitfahrscheine oder Touristenkarten, die günstiger sind. Die Situation für Behinderte verbessert sich stetig, da immer mehr Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen behindertengerecht ausgestattet sind. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine praktische und kostengünstige Möglichkeit, Polen zu erkunden. Klima in Polen Das Klima in Polen ist vielfältig und hängt von der geografischen Lage und den Luftmassen ab, die das Land beeinflussen. Polen liegt im Übergangsbereich zwischen der gemäßigten Klimazone Mitteleuropas und der kontinentalen Klimazone Osteuropas. Das bedeutet, dass es sowohl ozeanische als auch kontinentale Einflüsse auf das Wetter gibt. Im Allgemeinen sind die Sommer in Polen warm und feucht, die Winter kalt und trocken. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 5 und 10 Grad Celsius, je nach Region. Die höchsten Temperaturen werden im Juli erreicht, die niedrigsten im Januar. Die Niederschläge sind ungleichmäßig verteilt und variieren von unter 500 mm im Zentrum bis über 1700 mm in den Gebirgen. Die meisten Niederschläge fallen im Sommer, vor allem an den Westhängen der Karpaten und Sudeten. Der Winter ist die trockenste Jahreszeit, aber auch die schneereichste, besonders im Osten und Südosten des Landes. Die Schneedecke kann bis zu fünf Monate lang anhalten. Die Winde wehen hauptsächlich aus westlicher Richtung im Sommer und aus östlicher Richtung im Winter. Sie können starke Wetteränderungen verursachen, wenn feuchte Luft vom Atlantik auf trockene Luft aus dem Osten trifft. Polen ist daher ein Land mit wechselhaftem Klima, das je nach Jahreszeit und Region unterschiedliche Reize bietet. Das Gesundheitswesen in Polen ist ein wichtiges Thema für die Bevölkerung, die einen gleichberechtigten Zugang zu den Gesundheitsleistungen erwartet, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Das Gesundheitswesen wird vom Nationalen Gesundheitsfonds NFZ verwaltet, der die Beiträge der Versicherten sammelt und an die Leistungserbringer verteilt. Die Leistungserbringer sind meist privatwirtschaftliche Einheiten, die mit dem NFZ-Verträge über die Vergütung ihrer Leistungen abschließen. Die Qualität und Verfügbarkeit der Gesundheitsleistungen hängt von der Region, dem Fachgebiet und der Arteeinrichtung ab. Die meisten Krankenhäuser in Polen sind öffentlich, aber es gibt auch private Kliniken, die oft höhere Standards bieten. Die Ärzte in Polen sind gut ausgebildet und qualifiziert, aber es gibt einen Mangel an Fachkräften in einigen Bereichen. Das Gesundheitswesen in Polen steht vor vielen Herausforderungen, wie der Unterfinanzierung, der Überlastung, der Bürokratie und der Corona-Pandemie. Es besteht ein Bedarf an Reformen, um das System effizienter, transparenter und patientenorientierter zu gestalten. Sicherheit in Polen Polen ist ein Land in Mitteleuropa, das für seine reiche Geschichte, Kultur und Natur bekannt ist. Polen ist auch ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus aller Welt, die seine Sehenswürdigkeiten, Küche und Gastfreundschaft genießen möchten. Aber wie sicher ist Polen für Reisende? In diesem Artikel werden wir einige Aspekte der Sicherheit in Polen beleuchten, wie zum Beispiel die Kriminalitätsrate, die politische Situation, die Gesundheitsversorgung und die Verkehrssicherheit. Die Kriminalitätsrate in Polen ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ niedrig. Laut dem Global Peace Index 2021 belegt Polen den 29. Platz von 163 Ländern in Bezug auf die Friedlichkeit Die häufigsten Straftaten gegen Touristen sind Taschendiebstahl, Betrug und gelegentlich Raubüberfälle. Um sich vor diesen Gefahren zu schützen, sollte man immer auf seine Wertsachen achten, offizielle Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, keine großen Mengen an Bargeld mit sich führen und sich von dunklen oder einsamen Orten fernhalten. Die politische Situation in Polen ist stabil, aber nicht ohne Spannungen. Polen ist eine parlamentarische Republik mit einem Mehrparteiensystem und einer demokratisch gewählten Regierung. Allerdings gibt es seit einigen Jahren Konflikte zwischen der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace und der Opposition, der Europäischen Union, den Medien und einigen gesellschaftlichen Gruppen über Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Abtreibung. Diese Konflikte können zu Protesten, Demonstrationen und Streiks führen, die manchmal gewalttätig werden können. Um sich vor diesen Risiken zu schützen, sollte man sich über die aktuelle Lage informieren, politische Diskussionen vermeiden, große Menschenmengen meiden und den Anweisungen der lokalen Behörden folgen. Die Gesundheitsversorgung in Polen ist auf einem guten Niveau aber nicht immer leicht zugänglich. Polen hat ein öffentliches Gesundheitssystem, das für alle Bürger und Einwohner kostenlos oder günstig ist. Allerdings gibt es oft lange Wartezeiten, Engpässe an Personal und Ausrüstung und regionale Unterschiede in der Qualität der Versorgung. Touristen können private Kliniken oder Krankenhäuser nutzen, die meist moderner und schneller sind, aber auch teurer. Um sich vor gesundheitlichen Problemen zu schützen, sollte man eine gültige Reisekrankenversicherung haben, die alle Kosten abdeckt, eine europäische Krankenversicherungskarte, EHIC, mit sich führen, wenn man aus einem EU-Land kommt, sich vor der Reise impfen lassen, wenn nötig, und sich an die Hygiene- und Sicherheitsregeln halten. Die Verkehrssicherheit in Polen ist verbesserungswürdig, aber nicht katastrophal. Polen hat ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz, das alle größeren Städte und Regionen verbindet. Allerdings gibt es auch einige Probleme wie schlechte Straßenbedingungen, aggressive Fahrer, unzureichende Beschilderung und häufige Unfälle. Um sich vor Verkehrsunfällen zu schützen, sollte man immer einen gültigen Führerschein und eine Versicherung haben, wenn man ein Auto mietet oder fährt, die Verkehrsregeln befolgen, vorsichtig fahren oder fahren lassen und einen Helm tragen, wenn man ein Fahrrad oder Motorrad benutzt. Zusammenfassend kann man sagen, dass Polen ein relativ sicheres Land ist, das viel zu bieten hat. Natürlich gibt es wie in jedem Land auch einige Risiken und Herausforderungen, die man beachten sollte. Mit etwas Vorsicht, Vorbereitung und gesundem Menschenverstand kann man jedoch eine angenehme und unvergessliche Reise nach Polen erleben. Notfallnummern in Polen Wenn Sie nach Polen reisen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Notfallnummern vertraut machen, die Ihnen im Falle eines Unfalls, einer Panne oder eines anderen Problems helfen können. Hier sind einige der wichtigsten Nummern, die Sie kennen sollten. Diese Nummer können Sie anrufen, wenn Sie Opfer oder Zeuge eines Verbrechens werden, Ihre Dokumente verlieren oder andere polizeiliche Hilfe benötigen. Die Polizei ist in der Regel rund um die Uhr erreichbar und kann Ihnen auch bei Sprachproblemen weiterhelfen. Diese Nummer können Sie anrufen, wenn Sie einen Brand oder eine Explosion bemerken, eine Person aus einer gefährlichen Situation befreien müssen oder andere feuerwehrtechnische Hilfe benötigen. Die Feuerwehr ist ebenfalls rund um die Uhr erreichbar und verfügt über spezielle Ausrüstung und Fahrzeuge für verschiedene Einsätze. 999 Rettungsdienst Notarzt Diese Nummer können Sie anrufen, wenn Sie oder jemand anderes eine medizinische Notfallversorgung benötigen, wie zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall, einer Vergiftung oder einer schweren Verletzung. Der Rettungsdienst ist ebenfalls rund um die Uhr erreichbar und kann Ihnen auch bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus oder Arzt weiterhelfen. 112 Allgemeine Notrufnummer Diese Nummer können Sie in Gefahrensituationen vom Festnetz oder Handy anwählen. Sie werden dann mit dem zuständigen Dienst verbunden, je nachdem ob Sie die Polizei, die Feuerwehr oder den Rettungsdienst benötigen. Die allgemeine Notrufnummer ist kostenlos und EU-weit gültig. Sie kann auch in verschiedenen Sprachen beantwortet werden. 981 Pannendienst des Polnischen Motorverbandes PZM Diese Nummer können Sie anrufen, wenn Sie mit Ihrem Auto eine Panne haben oder einen Abschleppdienst benötigen. Der Pannendienst ist rund um die Uhr erreichbar und kann Ihnen auch bei der Suche nach einer Werkstatt oder einem Ersatzfahrzeug weiterhelfen. 0800 200 300 oder 0048 608 599999 Touristenhotline Diese Nummern können Sie anrufen, wenn Sie als Tourist in Polen touristische Informationen oder Hilfe in Notfallsituationen benötigen. Die Touristenhotline ist täglich von 10 bis 22 Uhr erreichbar und bietet Auskünfte in deutscher Sprache an. Die Touristenhotline kann Ihnen zum Beispiel bei Sprachproblemen, einem Fahrzeugschaden oder anderen unangenehmen Situationen helfen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Polizei kann auch bei Notfällen schnell eingegriffen werden. Wichtigste Feste in Polen Polen ist ein Land mit vielen Traditionen und Festen, die sowohl religiöse als auch weltliche Bedeutung haben. Die wichtigsten Feste in Polen sind Ostern, das wichtigste christliche Fest in Polen, das den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiert. Die Osterfeierlichkeiten beginnen am Karfreitag wie Kipiatek, an dem die Gläubigen fasten und an Kreuzwegprozessionen teilnehmen. Am Ostermontag, Smigus Düngus, findet ein alter slavischer Brauch statt, bei dem sich die Menschen gegenseitig mit Wasser bespritzen, um sich zu reinigen und Fruchtbarkeit zu symbolisieren. Tag der Verfassung 3 Mai – ein Nationalfeiertag, der an die Verabschiedung der ersten modernen Verfassung Europas im Jahr 1791 erinnert, die von Polen und Litauen gemeinsam beschlossen wurde. An diesem Tag finden Paraden, Konzerte und Gedenkveranstaltungen statt. Fronleichnam – ein beweglicher Feiertag, der am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird. An diesem Tag finden feierliche Prozessionen statt, bei denen das Allerheiligste Sakrament durch die Straßen getragen wird. Maria Himmelfahrt 15 August – ein katholisches Fest, das die Aufnahme Marias in den Himmel feiert. An diesem Tag pilgern viele Gläubige zu Marienheiligtümern wie Jasnagora oder Czestochowa. Der 15 August ist auch der Tag der Armee, an dem die polnischen Streitkräfte geehrt werden. Allerheiligen 1 November – ein Tag, an dem die Polen ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken, indem sie ihre Gräber besuchen und mit Kerzen und Blumen schmücken. Die Friedhöfe erstrahlen in einem besonderen Lichtermeer. Weihnachten – das zweitwichtigste christliche Fest in Polen, das die Geburt Jesu Christi feiert. Der Heiligabend, Vigilia, ist das wichtigste Familienfest, an dem ein traditionelles Abendessen mit zwölf Gerichten serviert wird, die kein Fleisch enthalten. Vor dem Essen wird eine Oblate Oblatec geteilt und sich gegenseitig Glück gewünscht. Nach dem Essen werden Geschenke ausgetauscht und Weihnachtslieder gesungen. Am ersten und zweiten Weihnachtstag werden Gottesdienste besucht und Familienbesuche gemacht. Dies sind nur einige der wichtigsten Feste in Polen, die einen Einblick in die Kultur und Geschichte des Landes geben. Feiertage in Polen Polen ist ein Land mit vielen Feiertagen, die sowohl religiöse als auch historische Bedeutung haben. Im Jahr 2023 gibt es 13 gesetzliche Feiertage, die landesweit begangen werden. Die meisten davon sind christliche Feste, die sich nach dem liturgischen Kalender richten. Dazu gehören Neujahr, Heilige Drei Könige, Ostern, Pfingsten, Frohnleichnam, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und Weihnachten. Einige dieser Feiertage haben auch einen anderen Namen oder eine andere Funktion in Polen. Zum Beispiel ist der 15. August nicht nur Maria Himmelfahrt, sondern auch der Tag der polnischen Armee, der an den Sieg über die Sowjets im Jahr 1920 erinnert. Der 26. Dezember ist nicht nur der zweite Weihnachtsfeiertag, sondern auch der Tag des heiligen Stepanus, des ersten Märtyrers der Christenheit. Neben den religiösen Feiertagen gibt es auch einige staatliche Feiertage, die wichtige Ereignisse in der polnischen Geschichte würdigen. Der 1. Mai ist der Staatsfeiertag, der oft mit dem Tag der Arbeit gleichgesetzt wird. Der 3. Mai ist der Nationalfeiertag, der an die Verfassung von 1791 erinnert, die als eine der ersten modernen Verfassungen Europas gilt. Der 11. November ist der polnische Unabhängigkeitstag, der das Ende der Teilung Polens durch Preußen, Österreich, Ungarn und Russland im Jahr 1918 markiert. Zusätzlich zu den gesetzlichen Feiertagen gibt es noch einige nationale Gedenktage, die zwar keine Ruhetage sind, aber dennoch offiziell begangen werden. Dazu gehören zum Beispiel der 1. März, der an die verstoßenen Soldaten erinnert, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegen das kommunistische Regime kämpften, der 13. April, der an die Opfer des Massakers von Katyn gedenkt, bei dem tausende polnische Offiziere von den Sowjets ermordet wurden, oder der 31. August, der an die Solidarnosc-Bewegung erinnert, die für Freiheit und Demokratie eintrat. Die Feiertage in Polen sind also ein Spiegelbild der reichen und vielfältigen Kultur und Geschichte des Landes. Sie bieten Gelegenheiten zum Feiern, zum Gedenken und zum Nachdenken über die Werte und Traditionen, die das polnische Volk ausmachen. Einkaufen in Polen Polen ist ein beliebtes Reiseziel für viele Deutsche, die auf der Suche nach günstigen Angeboten, regionalen Spezialitäten und kulturellen Erlebnissen sind. Doch was sollte man beim Einkaufen in Polen beachten? Hier sind einige Tipps und Hinweise, die Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrem Einkaufsbummel zu machen. Währung Die offizielle Währung in Polen ist der Selotti PLN, der in 100 Groschi unterteilt ist. Der Wechselkurs zum Euro variiert je nach Angebot und Nachfrage, aber im Juli 2023 lag er bei etwa 0,23 Euro für einen Selotti. Sie können in Polen mit Bargeld, Kredit- oder Debitkarten bezahlen, aber achten Sie darauf, dass Sie immer den aktuellen Wechselkurs kennen und keine versteckten Gebühren zahlen. Es empfiehlt sich auch, immer etwas Bargeld dabei zu haben, vor allem für kleinere Einkäufe oder an Orten, die keine Kartenzahlung akzeptieren. Öffnungszeiten Die meisten Geschäfte in Polen sind von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen sind die meisten Geschäfte geschlossen, es sei denn, es handelt sich um einen verkaufsoffenen Sonntag, der einmal im Monat stattfindet. Die genauen Termine können Sie auf der Website des polnischen Handelsministeriums nachschauen. Supermärkte, Tankstellen und einige Einkaufszentren haben oft längere Öffnungszeiten oder sind rund um die Uhr geöffnet. Preise Die Preise in Polen sind im Allgemeinen niedriger als in Deutschland, vor allem für Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik und Alkohol. Sie können auch Schnäppchen finden, wenn Sie auf Märkten oder in Second-Hand-Läden einkaufen. Allerdings sollten Sie immer auf die Qualität der Produkte achten und sich nicht von gefälschten Marken oder minderwertigen Waren täuschen lassen. Vergleichen Sie auch die Preise zwischen verschiedenen Geschäften oder Anbietern und handeln Sie gegebenenfalls. In Polen ist es üblich, auf Märkten oder bei Straßenhändlern zu feilschen, aber nicht in normalen Geschäften oder Supermärkten. Mehrwertsteuer Die Mehrwertsteuer VAT in Polen beträgt 23% für die meisten Produkte und Dienstleistungen, 8% für Lebensmittel und einige Medikamente und 5% für Bücher und Zeitschriften. Wenn Sie als Tourist aus einem Nicht-EU-Land nach Polen reisen, können Sie die Mehrwertsteuer für Einkäufe über 300 polnische Selotti zurückerstattet bekommen, wenn Sie diese innerhalb von drei Monaten ausführen. Dazu müssen Sie eine spezielle Quittung, Tax-Free-Form, vom Verkäufer erhalten und diese zusammen mit dem Originalbeleg und dem Produkt an der Grenze vorzeigen. Dort erhalten Sie einen Stempel auf der Quittung und können dann das Geld entweder in bar oder per Überweisung erhalten. Zoll Likörwein Likörwein, 90 Liter Wein, davon höchstens 60 Liter Schaumwein und 110 Liter Bier. Wenn Sie aus einem Nicht-EU-Land nach Polen reisen, gelten andere Regeln und Freimengen. Diese können Sie auf der Website des polnischen Zolls nachlesen. Essen in Polen Polen ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen kulinarischen Tradition, die von verschiedenen Regionen, Kulturen und Geschichten beeinflusst wurde. Die polnische Küche ist bekannt für ihre Schlichtheit, Herzhaftigkeit und Farbigkeit, aber auch für ihre ständige Innovation und Anpassung an neue Geschmäcker. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der typischen Spezialitäten vor, die Sie bei einem Besuch in Polen unbedingt probieren sollten. Pierogi Die kleinen Teigtaschen sind wohl das bekannteste polnische Gericht, das man in fast jedem Restaurant oder Imbiss finden kann. Pierogi werden mit verschiedenen Füllungen zubereitet, die von herzhaft bis süß reichen. Die beliebtesten sind die mit Kohl und Pilz, Fleisch oder Kartoffel-Weißkäse-Füllung. Es gibt aber auch Pierogi mit Früchten wie Beeren, Kirschen oder Äpfeln, die mit Sahne und Zucker serviert werden. Pierogi sind ein einfaches, aber köstliches Essen, das man zu jeder Jahreszeit genießen kann. Bigos Bigos ist ein deftiger Eintopf aus Sauerkraut, Weißkohl, verschiedenen Fleischsorten, Würstchen, Pilzen und Gewürzen. Bigos wird stundenlang oder sogar tagelang gekocht, um den besten Geschmack zu erzielen. Bigos ist ein perfektes Gericht für kalte Tage, da es sehr sättigend und wärmend ist. Bigos gilt als das Nationalgericht Polens und wird oft zu besonderen Anlässen wie Weihnachten oder Ostern serviert. Jurek Jurek ist eine saure Suppe aus Roggenmehl oder altem Roggenbrot, das mit Wasser fermentiert wird. Jurek wird mit Würsten, gekochten Eiern, Pilzen und manchmal auch Kartoffeln angereichert. Jurek hat einen charakteristischen Geschmack und eine cremige Konsistenz. Jurek wird oft in einem ausgehöhlten Brotlaib serviert, den man nach dem Essen der Suppe aufessen kann. Jurek ist eine beliebte Suppe in Polen, die auch als Katermittel gilt. Kotelett Schabui Kotelett Schabui ist ein paniertes Schweineschnitzel, das dem Wiener Schnitzel sehr ähnlich ist. Kotelett Schabui wird mit Butterkartoffeln und Kohlsalat oder anderen Gemüsebeilagen serviert. Kotelett Schabui ist ein einfaches, aber schmackhaftes Gericht, das man in vielen polnischen Haushalten oder Restaurants finden kann. Katzka Zetjablkami Katzka Zetjablkami ist ein Entenbraten mit Äpfeln, der oft zu festlichen Anlässen zubereitet wird. Die Ente wird mit Butter, Majoran, Rosmarin, Salz und Pfeffer gewürzt und im Ofen gebacken. Die Äpfel werden geröstet und als Beilage zur Ente serviert. Katzka Zetjablkami ist ein aromatisches und saftiges Gericht, das man mit einem Glas Rotwein genießen kann. Gulasch Gulasch ist ein Schmorgericht aus Rindfleisch oder Schweinefleisch, das mit Zwiebeln, Paprika, Tomatenmark und Gewürzen gekocht wird. Gulasch hat eine dickflüssige Soße und wird oft mit Nudeln oder Kartoffelpüree serviert. Gulasch ist ein herzhaftes Gericht, das ursprünglich aus Ungarn stammt, aber in Polen sehr beliebt ist. Diese sechs Spezialitäten sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen polnischen Küche, die noch viele andere Köstlichkeiten zu bieten hat. Wenn Sie Polen besuchen, sollten Sie sich nicht scheuen, neue Gerichte auszuprobieren und sich von den lokalen Aromen verführen zu lassen. Nachtleben in Polen Polen ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich auch im Nachtleben widerspiegelt. Ob man Lust auf eine gemütliche Kneipe, eine elegante Bar oder einen pulsierenden Club hat, Polen bietet für jeden Geschmack etwas. In diesem Artikel stellen wir einige der beliebtesten und interessantesten Orte vor, die man besuchen kann, wenn man das polnische Nachtleben erleben möchte. Krakau ist eine der ältesten und schönsten Städte Polens, die auch als kulturelle Hauptstadt des Landes gilt. Hier findet man eine Fülle von historischen Sehenswürdigkeiten, Museen, Galerien und Kirchen, aber auch eine lebendige und moderne Atmosphäre, die von den zahlreichen Studenten geprägt wird. Das Nachtleben in Krakau ist berühmt für seine Vielfalt und Qualität, die von traditionellen Bierkellern über stilvolle Cafés bis hin zu trendigen Clubs reicht. Einige der besten Adressen sind Frantic Club, dieser Club liegt im Zentrum des Krakauer Nachtlebens und ist einer der renommiertesten der Stadt. Er bietet regelmäßig Auftritte von internationalen DJs und Live-Acts, die verschiedene Musikstile wie Haus, Elektro, Funk und Soul spielen. Der Club verfügt über vier Bars, eine VIP-Lounge, eine Klimaanlage und eine ausgezeichnete Soundanlage. Der Eintritt kostet je nach Veranstaltung zwischen 10 und 20 Salotti ca. 2,5 bis 5 Euro. Peak Art, dieser Bierkeller ist ein beliebter Treffpunkt für Studenten und Jazz-Liebhaber. Er befindet sich in einem unterirdischen Gewölbe und bietet eine gemütliche und intime Atmosphäre. Hier kann man nicht nur günstig Bier trinken, sondern auch hochkarätige Jazz-Konzerte genießen, die oft von lokalen oder nationalen Künstlern gegeben werden. Der Eintritt ist meist frei oder sehr günstig. Boogie Bar, diese Bar ist eine der neuesten und schicksten in Krakau. Sie liegt in der Nähe des Hauptmarktplatzes und zieht ein junges und modisches Publikum an. Die Bar bietet eine große Auswahl an Cocktails, Beinen und Spirituosen, sowie Snacks und Tapas. Die Musik ist meist Lounge-Chill-Out oder Haus. Die Bar hat jeden Tag von 18 bis 2 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Danzig ist eine andere polnische Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe und einem pulsierenden Nachtleben. Die Stadt liegt an der Ostsee und hat einen wichtigen Hafen, der ihr einen maritimen Charme verleiht. Danzig ist bekannt für seine prächtige Architektur, seine Bernsteinproduktion und seine Rolle in der Geschichte Polens. Das Nachtleben in Danzig ist ebenfalls vielseitig und spannend, mit vielen Bars, Pubs und Clubs, die sich vor allem in der Altstadt befinden. Einige der besten Adressen sind Kneipenbummel Danzig. Dies ist eine organisierte Tour, die einen idealen Weg bietet, um das Danziger Nachtleben kennenzulernen. Die Tour führt zu drei verschiedenen Bars und Clubs, wo man jeweils ein kostenloses Getränk erhält und exklusive Rabatte bekommt. Die Tour wird von lokalen Guides begleitet, die für Stimmung sorgen und interessante Fakten über die Stadt erzählen. Die Tour kostet 19,50 Euro pro Person und dauert etwa vier Stunden. Clubparlament. Dieser Club ist einer der größten und beliebtesten in Danzig. Er liegt im Herzen der Altstadt und bietet drei Etagen mit verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Rock, R&B und Hip-Hop. Der Club veranstaltet oft Women-Partys oder Shows mit bekannten DJs oder Bands. Der Eintritt kostet je nach Veranstaltung zwischen 10 und 20 Salotti ca. 2,5 bis 5 Euro. Café Absinthe. Diese Bar ist eine der originellsten und ungewöhnlichsten in Danzig. Sie liegt in einem alten Speicherhaus am Fluss und ist ganz im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtet. Die Bar bietet eine große Auswahl an Absinthe, dem berühmten und umstrittenen Getränk, das mit einem speziellen Ritual serviert wird. Die Bar hat jeden Tag von 18 bis 2 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Polen ist also ein Land, das viel zu bieten hat, wenn es um Nachtleben geht. Ob man eine ruhige oder eine wilde Nacht sucht, ob man Bier oder Cocktails bevorzugt, ob man Jazz oder Haus mag, Polen hat für jeden etwas. Also, worauf wartet man noch? Auf nach Polen! Reiseinformationen zur Einreise nach Polen Polen ist ein beliebtes Reiseziel für viele Europäer, die die reiche Kultur, Geschichte und Natur des Landes erleben möchten. Doch wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus, die wegen der Covid-19-Pandemie gelten? Hier sind einige wichtige Informationen, die Sie vor Ihrer Reise nach Polen wissen sollten. Sie benötigen einen gültigen Reisepass oder Personalausweis, um nach Polen einzureisen. Wenn Sie aus einem EU-Land kommen, können Sie sich bis zu 90 Tage ohne Visum in Polen aufhalten. Wenn Sie aus einem Nicht-EU-Land kommen, müssen Sie möglicherweise ein Visum beantragen, je nachdem, ob Ihr Land ein Abkommen mit Polen hat oder nicht. Sie können die Liste der visumfreien Länder hier überprüfen. Sie müssen einen negativen Covid-19-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist, oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung von Covid-19. Dies gilt für alle Reisenden ab zwölf Jahren, unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihrem Aufenthaltszweck. Sie können einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest machen. Wenn Sie keinen Test haben oder nicht geimpft oder genesen sind, müssen Sie sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Sie können die Quarantäne verkürzen, indem Sie einen negativen Test nach sieben Tagen machen. Weitere Informationen finden Sie hier. Sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, Museen und anderen geschlossenen Räumen tragen. Es gibt einige Ausnahmen für Kinder unter fünf Jahren, Personen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Problemen und Personen, die Sport treiben oder essen oder trinken. Sie müssen auch einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten und die Hygieneregeln befolgen. Die aktuellen Einschränkungen und Empfehlungen können sich je nach Region und Infektionslage ändern. Sie können die aktuellsten Informationen hier finden. Währung in Polen Die Währung in Polen ist der Selotti PLN, der in 100 Groschi GR unterteilt ist. Der Selotti ist die offizielle Währung der Republik Polen, die Mitglied der Europäischen Union, aber nicht der Eurozone ist. Der Selotti hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht und zeigt auf seinen Geldscheinen und Münzen berühmte polnische Könige und das Staatswappen. Für Reisende nach Polen ist es notwendig, Geld zu wechseln, da nur wenige Läden und Restaurants in grenznahen Gebieten oder touristischen Orten Euro akzeptieren und meist zu einem ungünstigen Wechselkurs. Das Geld wechseln ist in Polen günstiger als in Deutschland und es gibt viele Wechselstuben-Kantor, die an Bahnhöfen, Flughäfen oder Sehenswürdigkeiten zu finden sind. Allerdings sollte man immer den Wechselkurs vergleichen und auf mögliche Gebühren achten, da es keine gesetzliche Regulierung gibt. Eine Alternative zum Geld wechseln ist das Bezahlen mit Karte, das in Polen weit verbreitet ist. Sowohl EC- als auch Kreditkarten werden in den meisten Läden, Tankstellen und Hotels akzeptiert. Allerdings sollte man vorher bei seiner Bank nachfragen, ob Gebühren für den Auslandseinsatz anfallen und welche Umrechnungskurse angewendet werden. Eine Möglichkeit, Gebühren zu vermeiden, ist die Nutzung einer speziellen Reisekreditkarte oder einer Debitkarte mit kostenloser Bargeldabhebung im Ausland. Geldautomaten Bankomat sind in Polen überall verfügbar und bieten meist die Möglichkeit, zwischen Selotti und Euro auszuwählen. Dabei sollte man jedoch darauf achten, nicht die dynamische Währungsumrechnung, DCC, zu wählen, die oft einen schlechteren Kurs anbietet als die eigene Bank. Außerdem sollte man sich vor Betrügern oder manipulierten Automaten schützen, indem man nur an sicheren Orten Geld abhebt und seine PIN verdeckt eingibt. Zu guter Letzt sollte man beim Bezahlen in Polen einige Tipps beachten, um keine Touristenfallen zu tappen oder unhöflich zu wirken. Zum Beispiel sollte man immer eine Quittung verlangen, um eventuelle Reklamationen zu erleichtern oder Steuerbetrug zu vermeiden. Außerdem sollte man ein angemessenes Trinkgeld geben, das in Polen etwa 10% beträgt und es möglichst passend oder bar überreichen. Schließlich sollte man sich über die gängigen Preise informieren, um nicht überteuert zu bezahlen oder abgezockt zu werden. Nützliche Wörter und Phrasen in Polen Wenn Sie nach Polen reisen oder mit Polen kommunizieren wollen, ist es hilfreich, einige nützliche Wörter und Phrasen in Polnisch zu kennen. Die polnische Sprache gehört zu den slawischen Sprachen und hat viele Wörter, die sich von den westeuropäischen Sprachen wie Deutsch oder Englisch unterscheiden. Aber keine Sorge, mit ein wenig Übung können Sie sich bald auf Polnisch verständigen. Hier sind einige wichtige polnische Wörter und Phrasen, die Sie in verschiedenen Situationen gebrauchen können. Begrüßung und Abschied Um jemanden zu begrüßen, können Sie je nach Tageszeit Gia Dobri Guten Tag, Dobri Vizor Guten Abend oder Czesk Hallo sagen. Um sich zu verabschieden, können Sie Du Vicenia Auf Wiedersehen, Du Jutra Bis Morgen oder Wieder Czesk sagen. Höflichkeit und Dankbarkeit Um höflich zu sein, können Sie das Wort Prosche Bitte verwenden, zum Beispiel, wenn Sie etwas bestellen oder jemandem etwas anbieten. Um sich zu bedanken, können Sie Gia Kuye Danke oder Gia Kuye Bazo Vielen Dank sagen. Um zu antworten, können Sie Nima Z.A.K. nichts zu danken sagen. Fragen und Antworten Um eine Frage zu stellen, können Sie das Wort CZY ob am Anfang des Satzes verwenden, zum Beispiel, CZY Mowisch Pony Mietzku? Sprichst du Deutsch? Um Ja oder Nein zu sagen, können Sie Tag oder Nie sagen. Um nach dem Weg zu fragen, können Sie GZJest? Wo ist oder Jagdolstu? Wie kommt man zu verwenden? Um nach dem Preis zu fragen, können Sie Ile Tu Kostuje? Wie viel kostet das? Sagen Zahlen und Zeit Um Zahlen zu sagen, müssen Sie die Grundzahlen von 1 bis 10 kennen, jeden DWA-Tri-Zeri-Pich-Schesk-Siedem-Oziem-Dziewicz-Dzies-Jetz. Die Zahlen von 11 bis 19 werden gebildet, indem man die Endung Nasche an die Grundzahl anhängt, Jednasche, Dwanasche, Tatschünasche und so weiter. Die Zehnerzahlen werden gebildet, indem man die Endung Dziersha an die Grundzahl anhängt, Dwa-Dziersha, Tatschü-Dziershi und so weiter. Die Hunderterzahlen werden gebildet, indem man die Endung Starr an die Grundzahl anhängt, Sto, Tvische und so weiter. Die Tausenderzahlen werden gebildet, indem man die Endung Tysiak an die Grundzahl anhängt, Tysiak, Dwa-Tysiatsche und so weiter. Um die Uhrzeit zu sagen, müssen Sie das Wort Gottschina, Stunde und die Minuten kennen, Pietnasche 15, Tatschü-Dziershi 30, Z-Tatschü-Dziershi-Pich 45. Zum Beispiel Gottschina-Pietnasche 15 Uhr, Gottschina-Tatschü-Dziershi-Pich 13.35. Essen und Trinken Um etwas zu essen oder zu trinken zu bestellen, können Sie das Wort Poprosche, ich hätte gern verwenden, gefolgt von dem Namen des Essens oder Getränks. Zum Beispiel Poprosche-Cavé, ich hätte gern einen Kaffee, Poprosche-Pizza, ich hätte gern eine Pizza. Einige typische polnische Spezialitäten sind Pierogi, gefüllte Teigtaschen, Bigos, Krauteintopf mit Fleisch, Jurek, saure Mehlsuppe mit Wurst und Sernik, Quarkkuchen. Einige beliebte polnische Getränke sind Pivo-Bier, Wodka, Wodka, Kompott, Fruchtsaft und Herbata-Tee. Dies sind nur einige Beispiele für nützliche Wörter und Phrasen in Polen. Wenn Sie mehr lernen wollen, können Sie sich einen Polnisch-Kurs herunterladen oder eine polnische Website besuchen. Viel Spaß beim Polnischlernen! Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobooks Labels unter https.doppelpunkt slash slash hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos. Billsnau ... Der